Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal eine andere Art von Video und zwar ich habe ganz, ganz coole, besondere Trigger für euch vorbereitet, extra nur für dich, dich, extra nur für dich und ja, ich habe ganz, ganz coole Trigger für dich rausgesucht und wir talken ein bisschen und ja, komm einfach ein bisschen mit und entspanne. Ich weiß, heute war ein anstrengender Tag wieder für dich, auch für mich. Ich habe aktuell ein bisschen, ja, ein bisschen Stress in verschiedenen Situationen meines Lebens. Ganz gerne erzähle ich dir ein bisschen später davon, aber ja, vorher kümmern wir uns erst mal um. Um dich und ich hoffe, du kannst ein bisschen entspannen, vielleicht auch einschlafen und ja, wir beide haben jetzt eine gute Zeit miteinander. Okay, der erste Trigger, der jetzt ganz brandneu dabei ist. Und zwar, was Sie sehen? Das war's für heute. So, also ich hab aktuell ein bisschen Stress auf der Arbeit. Es gibt viele negative Aspekte ja im Leben, die man mal haben kann. Mal einige Herausforderungen, einige Sachen, die du vielleicht einfach nicht mit jedem teilen willst. Und das ist vollkommen okay. Es ist auch vollkommen okay, mal einen schlechten Tag zu haben. Manchmal mal einen schlechten Tag, eine schlechte Woche. Aber es ist nicht alles schlecht und das Leben lohnt sich zu leben. Und was ich auch so wichtig finde und was halt einfach nur voll das Tabuthema ist, ist halt, wenn man mit Mental Health einige Probleme hat. Also wenn man mentale Probleme hat. Ich weiß nicht, ob du damit auch schon Erfahrung gemacht hast. Aber das ist manchmal nicht so einfach, weil viele verstehen das nicht. Und ich möchte ja auch nicht zum Bewerbungsgespräch gehen und sagen so, hey, weißt du was? Weißt du was? Ich hab mentale Probleme, aber es sollte eigentlich total normal sein. Ist es aber leider nicht. Ja, auf jeden Fall, das waren jetzt einige Trigger. Ich hab noch einige Highlights. Ganz, ganz fette, krasse. Ganz, ganz schöne, entspannte Sachen kommen noch am Ende. Die größten Highlights. Du musst mir aber auf jeden Fall erzählen, zockst du eigentlich gerne oder bist du nicht so der Zocker? Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat. Du siehst wunderschön aus und du bist ratenscharf. Und in deine Augen. Ich glaub, dafür liebt sich jeder. Lass dir von niemand anderen irgendwie einreden. Du seist nicht gut genug. Oder du bist weniger wert. Denn du bist sehr wertvoll, genauso wie du bist. Und das muss ich halt auch immer lernen. So, manchmal denke ich mir so, warum kann ich das nicht so schnell wie die anderen? Warum verstehe ich manche Sachen? Warum brauche ich dafür länger Zeit? Aber dann ist es manchmal einfach nicht bestimmt. Man kann sein Bestes geben. Und wenn das nicht reicht, dann ist es manchmal nicht das Richtige. Ihr müsst mir mal verraten, was so euer Lieblings-Trigger ist. Ich bin froh. Und ich bin froh. Ich bin froh. Ich muss ja sagen, ich liebe diese Spinnen. Ich muss ja sagen, ich liebe diese Spinnen und die 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 Spinnen. Habt ihr früher eigentlich mal mit Murmeln gespielt oder eher nicht so? Ihr müsst mir mal verraten, seid ihr eigentlich so Disney-Fans? Oder möchtet ihr auch so Horror? Ich liebe ja Horror. Ich liebe Horror, Thriller und sowas. Oh mein Gott, ich liebe das. Ich hoffe, du kannst auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Du schaltest einfach ein bisschen ab. Du entspannst dich. Ja, mach einfach das Beste daraus. Nimm dir das aus diesem Video. Nimm dir das aus diesem Video, was du willst. Egal was es ist. Keine Tabus. Und ihr müsst mir mal sagen, meine alten Videos sind mit einem anderen alten Mikro. Und ich habe ein bisschen Geld investiert jetzt in dieses Mikro. Und ich versuche mich da so ein bisschen durchzufuchsen, weil ich muss noch gucken, wie funktioniert es. Wie klingt es am besten? Also vergebt mir, wenn es noch nicht perfekt ist. Ich strenge mich an. Ich versuche immer besser zu werden. Ich finde, du siehst schon sehr wunderschön aus. Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich da einmal kurz was um deine Haare ein bisschen machen? Einmal kurz. Mein Gott, das ist so schönes Haar. Also, sehr schönes Haar. Entspann mit mir, schalte ab und vergiss deine ganzen Sorgen. Vergiss sie einfach. Die sind jetzt nicht wichtig. Nein. Ich glaube, ich brauche eine kleine Erfrischung, weil... Oh mein Gott, bist du hart. Spaß. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen eine kleine Erfrischung. Alles ist ganz schön warm hier. Ich liebe das Design der Flasche irgendwie. Ich finde das einfach... Ich finde das so schön, oh mein Gott. Okay. Oh, die spritzen ein bisschen. Kurz blind geworden. Okay. Okay. Ich freue mich total, wenn ihr noch dran seid, weil zum Schluss kommen noch... Ich glaube, die besten Trigger überhaupt, die besten ASMR-Trigger überhaupt. Okay. Vielleicht Leute, die schon seit Anfang an meine ASMR-Videos gucken, kennen vielleicht diesen... ...diesen tollen Slimy. Ich habe den übrigens für ganze 2 Euro im Spanien-Urlaub im Ende Juni war das mir gekauft. Bei so einem coolen Shop. Und ja, ich... Ich liebe es. Okay. Entschuldigung übrigens dafür, wenn ihr diese Autos im Hintergrund hört. Es ist gerade Samstagabend und ja, ein paar Leute malen hier noch Party. Aber nicht mit mir. Ich möchte diesen Samstagabend nur mit. Noch mit dir verbringen, ja. Let's zuk Malen. Essa ist drein. ما. Okay, jetzt wird's wild, kann ich euch sagen, aber vorher, ich muss euch zeigen, ich liebe einfach diesen Trigger, oh mein Gott. Jetzt kommt das ganz große Finale, seid ihr ready? Okay, dafür brauchen wir als erstes. Frischhaltefolie, diese Frischhaltefolie, diese Frischhaltefolie kommt über dieses Mikrofon. Yes, okay, es wird noch besser, glaubt es mir. Andino, 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 And Ich muss euch sagen, der riecht leider nicht so gut. Kennt ihr das von dem Original Uhu? Das ist leider nicht das Original Uhu, wie ihr sehen könnt. Das riecht immer so gut, finde ich. Oh mein Gott, wisst ihr noch, es gab ja auch Uhu, es gab ja auch diesen Original Uhu, gab es ja auch in so ganz kleinen Dingern und dann gab es manchmal auch mit so lila Kleber, also das war einfach das hier so, das war einfach so lila. Kennt ihr das noch? Also ich war obsessed damit, ich wollte das mal haben als Kind, habe ich nicht immer bekommen, aber ich glaube ich hatte es manchmal, aber nicht so oft. Also, ich war ein King of Budget, kann ich euch sagen. Ich hoffe ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen schön entspannen, ein bisschen schön abschalten mit mir. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du dir das Video anguckst und ja, das freut mich sehr. Okay, seid ihr bereit oder seid ihr schon im Schlafland? Okay, ist auch ein bisschen nass. Das muss man echt gut schütteln. Okay. Okay. Oh, das ist richtig. So, und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video und wir konnten uns ein bisschen kennenlernen und ihr könntet ein bisschen entspannen oder auch immer, was ihr wollt, mitnehmen von diesem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.